Wir sind zurück bei Call of Duty. Build and War. Oh, es geht ab in den Bunker. Äh, brauche ich eigentlich den Flammenwerfer noch? Äh, was? Oh, ich weiß es noch nicht. Aber... Das war knapp, das war... Da ist einer. Hab ich dich! Scheiße. Okay, hier drin ist er effektiv, aber draußen konnte ich den voll nicht gebrauchen. Jo. Ja, gibt's noch ein bisschen was zum anzünden. Scheiße. Ja! Granate! Darüber! Sofort! Aus! Aus! So. Toll ich nicht so das letzte, oder? Prima. Komm alle hoch! Los, werdet euch! Ich hab nicht bis morgen Zeit. Oh, wie die Schreie, ne? Alter! So! Achtung! Da kann man die Leute auch nicht zu! Du sollst mir machen! Hehehehe! Weiter vorwärts! Ich gebe Deckung! Wie kommen die Leiter rauf! Knell! Dieses Gebiet sicher! So, ich hab fast schon rumgeflogen, ey. Okay. Wow! Wow! Bonsoiii! Ey, Vorsicht! So, dann zündung man sie halt einfach mal an, hier. Oh! Lagerfeuer! Boah, da wedelt alles, du! Also, geht doch! Wo ist noch einer? So. Aber mit Flammen, dafür geht es eigentlich gut hier drin. Sehr gut sogar. Man spart auch gut Munition. Nur wenn man selber reinläuft, könnte es ein bisschen weh tun. Boah! Alter! Boah, was ist das? Raus aus diesem verdammten Loch und auf zu unseren Verwundeten! Yo! Sofort hier rüber! Durchhalten, Junge. Wir bringen dich hier raus. Riefen wir ihn auf den Truck! Wir ziehen ab! Eins, zwei, drei! Sie verschwinden? Vorwärts! Wir wollen die Burg Shuri einnehmen! Aber uns geht die Munition aus! Morgen früh kommt eine Nachschublieferung! Wie sollen wir denn bis morgen durchhalten? So eine Scheiße! Haben Sie das gehört, Sarge? Wir kriegen erst morgen Nachschub! Burg Shuri soll größtenteils verlassen sein. Die haben sich zum nördlichen Kampf zurückgezogen. Sehen Sie es mal positiv! Hiernach werden die Jungs wahrscheinlich abgelöst und furcht nach Hause! Das wird doch wahr sein, was die da erzählen! Das wird doch wahr sein, was die da erzählen! Jeden Tag sind wir durch Matsch und Dreck gerockt, während uns die Kuh und die Ohren flogen. Doch das ist das letzte Mal, dass wir unser Leben an der Front riskieren müssen. Das hier ist der letzte Rückhalt des Weindes! Wenn wir Burg Shuri einnehmen, geht's nach Hause! Jeder von uns! Aha! Burg Shuri! Der Haupttrupp soll zum nördlichen Kampf zurückgezogen worden sein. Aber ich will, dass alle kampfbereit sind! Sobald der Nachschub da ist, starten wir! Da ist er! Bewegung! Holen wir ihn! Im Laufschritt! Achten Sie auf das Gras! Prima! Auf die Bäume auf jeden verdammten Ort, wo ein Japaner lauern könnte! Und ohne Munition! Das ist ja klasse, ne? Unsere Flieger haben alles niedergepumpt! Das ist ja echt klasse! Die werden zurückkommen, sobald sie aufgetankt und neu bewaffnet sind! Im Augenblick sind nur wir hier! Ah, Scheiße! Ah, da liegt ja schon was! Die haben wir nicht! Alles verteil! Scheiße! Hältst du schossen! Wo zum Teufel sind die? Hörner, Hörner! Wasser! Sie kommen über die Seitensäcke! Waaah! Wohin, wohin? Oh, wohin? Augen auf! Im Gras! Ohohohoho! Hilfe! Geh weg! Du kranker Japaner, du! Da oben, in den Bäumen! Hol sie runter! Wo war man nicht über mir, oder? Ohohohoho! Geh weg! Ähm... Das sind unsere Jungs hier? Das sind Beinde! Ich wüsste grad gar nicht mehr wo, was ich wäre! Heftig! So, okay, jetzt passt's ja wieder, ne? So, okay, jetzt passt's ja wieder, ne? So, mit den Bäumen hängen die rum, wie so Affen, ey! Das ist ja nicht so... Woh! Pfohl eine abgekriegt... Das war aber nicht so nett... Sollte wir eigentlich ein Schaufschützengewehr haben? Ja, ich glaub das ist... Ja, ich bin schon auf dem Weg! Toll, nur ein Zehn Schuss... wir haben sich schnell auf uns eingeschossen da sind sicher späher in den tunneln wir müssen sie erledigen was ich bin alleine das labert die So, geht das. Nachladen. Das sollte man nicht vergessen, ne? Ist richtig. Ja, ich bin ja schon da. Nachladung, geht rein! Ui. Immer weiter nach vorne. Luftfläche auf weitere Läderlande. Das sind voll die billigen Waffen, die wir abzunahmen, ey. Wir sind nicht gerade irgendwie besonders hier, ey. Scheiße, was schaffen wir jetzt? Scheiße. Au! So eine Kacke, ey. Nochmal. Scheiße, da war so ein Banzer hinter mir, ey. Hier, rüber. Ah, hier, einmal durch. Oh, da, 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 da. Da bin ich zu rein. Ah. Ah, 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 ah. Pass auf und bleib hinter dir. Und nein! Entgegen über dem Tor. Jetzt nicht mehr. Hey, hey, hey. Komm, sind voll mit dem Bayonett angerannt hier, ey. Oh. Leute, das sack mich gerade tatsächlich hier. Einzack, ey. Hey, Leute. Leute, schieß mal da rein, Mann! Das ist erstmal bestimmt nicht überlebt. Boah, ich auffasche nicht, ey. Stört du! Ähm, hallo? Was schießen du? Toll, schauen wir da hin. Einmal schön rein. Die könnt ihr behalten. Hahaha. So. Ich nehm euch mal ein paar Manieren hierbei. Yeah. Ich würde sagen, wir stoßen vor. Ja, ich konnte gar nicht weg. Ey, das gibt's doch nicht. So eine Scheiße, so eine verdammte. Ich bin ja nicht mal weggekommen von hier. Wollt ihr mich eigentlich verarschen oder was? Auf den Hügel konzentrieren! Ey, das ist echt ein Witz, ey. Wir retten mich immer hier. Scheiße Granaten, ey. Also... Ich hatte... Hehe, der ist mir voll vor die schlechte gelaufen. Also ich hatte nie in einem Spiel so viele Probleme wie hier mit Granaten. Also auch nicht in einer anderen. Ich sehe das eigentlich nicht. Scheiße Granaten! Guck, schauen wir da hin! So. Ja, von wo? Schon wieder so eine Situation! Das darf doch nicht wahr sein! Nein! So, ich rush jetzt. Ich bin scheißegal. Ich rush da jetzt durch! Irgendwie! Klappt auch nicht. So, jetzt habe ich ein kleines Problem. Ich komme hier nicht weiter. Weil entweder trifft mich so eine verdammte Granate von den... Von denen, oder... Da kriegt man ja schon so drin, ey. Oder sie kommen mal her und stechen mich ab, ey. Meine Jungs sind auch ein bisschen blöd zu schießen, ey. Schon wieder Granate! Oh! Alter! Das gibt's echt nicht. Nein, ich wechsle halt nicht. Auf den Hügel konzentrieren! Verteilen! Ich geh jetzt an der Seite entlang so. Arschlecken! Alter, komm ruhig da raus! Wow! Nachladen! Sterben! Nachladen! Sterben! Da ist schon wieder Granate hergeflogen, oder? So, hab ich sie jetzt! Jetzt reicht's nämlich langsam hier. Hey! Ich habe nur Schiss, dass ich viele Granaten habe. Was für Treppen? Ich geh nicht mehr über das Ding hier. Ich kann mal vergessen. Ich komm hier nicht hoch, na super. Ich muss doch mit die Funde mit dem Treppen gehen. Kommen Sie! Wir stoßen weiter in die Burg vor! Oh! Jetzt reicht's mir aber hier. Oh! 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 Ich bin irgendwie über die Funde. Oh! 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 Oh, oh! Oh, oh! Na komm. So. Boah, da oben. Da sind aber ich. Wie schreit denn der so? Ich weiß nicht, dass der jetzt von hinten hier kommt und mich hier absticht. Oh, hab ich's ja. Haha, jetzt klappt's doch. Ach, Munition, Munition, Munition. Ich krieg hier diese Schweine! Sie kommen! Wo sind sie? Da. In der schwestlichen Gebäude! So. Ich würde sagen, ich mach mal hier ganz kurz einen Schnitt und wir sind uns gleich wieder dranbleiben. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht mehr so viel. Bis gleich.